In der neuen Season von Diablo, ja, da können wir extrem schnell Level abgehen. Was ist, wenn ich dir sage, dass du innerhalb von 10 Sekunden 60 Level machen kannst, dann bist du Max Level und dementsprechend kannst du auch schon direkt loslegen mit deinem neuen Charakter. Hört sich interessant an, ne? Also sollst du Interesse haben, denke ich, ist hier dieses Video genau richtig für dich. Und somit herzlich willkommen. Und zwar, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Main-Klasse habt, ne? Ich habe jetzt hier mal was aufgenommen. Wenn ihr jetzt eine Main-Klasse gemacht habt und mit dieser Main-Klasse, ja, farmt ihr die ganze Zeit den flüsteren Baum. Habt ihr dann halt irgendwann, warte, ich spume mal hier vor, so. Dann habt ihr hier irgendwann natürlich die schönen Kisten hier. Ihr seht selbst, ich bin jetzt hier aktuell Level 1, äh, 223, ähm, Paragon mit meiner anderen Klasse, ja? Das ist jetzt eine neue Klasse. Das heißt, ihr habt jetzt hier extrem viele von diesen Dingern. Klar, ihr bräuchtet jetzt eventuell noch ein bisschen mehr. 1, 2, 3, 4, 5 eventuell mehr, ne? Dann seid ihr jetzt aktuell gleich, äh, innerhalb von ein paar Sekunden schon Level 60. Ich spiele das einmal ganz kurz ab. Ihr seht es jetzt gerade selber. Und wenn wir das alles jetzt gleich aktivieren, ne? Dann gehen wir hier schon sehr gut Level up. Ihr seht es selber, ich droppe das alles non-stop. Und wir sind jetzt hier gerade Level 42, 44 aktuell. Und hättet ihr jetzt noch ein paar mehr gehabt von flüsteren Baum, dann, ähm, ja, seid ihr schon ratzfatz 60. Guck mal, jetzt sind wir 46 mit dem bisschen hier. Und das ist schon echt nice. Und so erspart ihr euch selbst nochmal separat mit eurer eigentlichen Klasse hier komplett, ähm, zu leveln. Und könnt dann in Ruhe mit der neuen Klasse einmal starten. Und das Gute ist natürlich, ihr bekommt natürlich auch, ähm, für das Buch nochmal zusätzlich eure ganzen Affixe dazu, ne? Mit der neuen Klasse. Ihr hebt alles auf. Das sind eh Sachen, die ihr aktuell noch nicht tragen könnt. Guckt mal hier. Habt ihr es gesehen jetzt gerade? So, ich spule einmal vor. Ähm, wo haben wir es? Ähm, bop, 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 bop. Hier sind alles noch Sachen mit einem Schlüssel davor. Aber wenn wir dann die einmal, äh, beim Schmied dann zerstören. Hier seht ihr selber, bekommen wir hier nochmal zusätzlich extrem viele Affixe da drauf geschenkt. Und das ist schon dann nicht verkehrt. Ja, und das war's. Daher ist das die einfachste Methode, eine neue Klasse ganz schnell auf 60 zu knallen. Ich hoffe, dir hat das soweit gefallen. Wenn ja, dann bleibt doch direkt mit einem Follow am Start. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Freigästig von uns raus. Ciao, ciao.